So, da sind wir auch schon wieder bei Let's Play Zelda Twilight Princess. Warum will ich immer Ocarina of Time sagen? Ist echt schlimm. Ich weiß gar nicht mehr, wo war ich denn letztens? Ich weiß nur, irgendwas mit Ziegen glaube ich. So hier, der will bestimmt mit mir reden. Reden, Hallöchen, na? Hyrule also. Ich frage mich, wie es dort wohl aussehen mag. Du musst wissen, ich bin noch nie so richtig aus diesem Dorf herausgekommen. Man kann dich wirklich beneiden. Och. Ja, dann, äh, äh. Ich glaube, ich hätte mein Pferd rufen sollen. Egal. So, mal sehen. Ach, mein Pferd ist doch verwundet, ne? Was soll man da als Vater machen? Ohne Epona kommst du doch nie nach Hyrule. Ach ja, stimmt ja. Ah, eine Ziege bricht aus. Sie läuft ins Dorf, haltet sie auf. Ach, na ganz toll. Wow, wow, hey. Oh, ups. Nein. Ach, scheiße, ich hätte irgendwas drücken sollen. Grrr. Das ist doch wieder ein Verlust für unser Dorf. Ich wusste doch, man kann Fahrt nicht allein lassen. Okay, ja, ja, ich hätte A drücken sollen. Verdammt, versuch es. Ja, wenn noch mal eine Ziege durchbricht, muss ich A drücken. Gut, okay, verstehe. Ach ja. Die Fee macht ja auch Geräusche, siehste. Oh, nicht schlecht. So, wo muss ich denn, äh, äh, ähm. Moment, nee, da geht's, hier muss ich hin. Okay, ja, gut. Oder? Doch. Müsste richtig sein. Das ist ein bisschen verwirrend, weil das alles nur aus Spiegel verkehrt ist. Im Vergleich zum Gamecube. Du, Link, gehst du zu Ili, 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 Mann. Ich würde ja auch, aber die anderen, du Link, sollten wir nicht zusammengehen. Ja, dann folg mich mal, so, äh, Spiegel verkehrt. Moment. Diese Richtung. So. Link, wir haben auf dich gewartet. Gestern war so toll, den Affen jagen. Das hat wirklich Spaß gemacht. Den hätte ich, hätte ich auch Maro gern mal gezeigt. In Wirklichkeit hat er auch doch dich gefangen, oder? Und du, Colin. Alles ist rausgekommen. Nur, weil du gepetzt hast. Und Papa hat uns ganz toll ausgeschimpft. Total übel war das. Du willst doch sowieso nur zu Ili, Ili, oder? Aber hier kommst du nicht so leicht vorbei. Aber sag mal, Link, was ist denn das für ein tolles Holzschwert? Gibst du mir das mal? Wenn ich das nur gestern schon gehabt hätte, dann wäre ich auch ganz allein zurechtgekommen. Na los, gib schon her. Äh, auf gar keinen Fall. Aber warum denn? Ist doch nichts dabei. Komm, gib schon. Wir bleiben hier, solange bist du das Holzschwert rausrückst. Ja, blablabla. Jetzt seid ich so ein bisschen... Einverstanden. Jetzt wollen die mein Schwert. Na toll. Hat es uns einfach unser Schwert geglaubt. Link. Danke. Die anderen sind immer so gemein zu mir. Ich verstehe ja gar nicht, was so lustig daran sein soll, so ein Ding durch die Gegend zu springen. Äh... Äh... Ähm... Wenn ich mal groß bin, will ich so sein wie du, Link. Ich würde so gerne reiten. Kannst du mir das nicht beibringen? Ja, versprochen, ja. Alter, diese Kinder. Ich werde nie ein guter Vater, wenn die Kinder... Wenn meine Kinder so sind. Ne, weiß ich nicht. Mal sehen. So. Ah, mein Auge juckt, meine. So. Was ist denn das hier? Unter der Brille immer, das ist ein bisschen blöd. Ich hasse das mit Brillen. Ich weiß nicht. Naja. So. Ach ja. So, jetzt, äh, aber geht's, äh, weiter. Hallo? Nunschuk. So. Rum. Okay, jetzt kann ich aber endlich zur Epona. Diese Kinder halten mich nur auf. Ich muss doch die Welt retten. Verdammt. Äh... Naja. So, dann einmal hier lang und... Ach, ich hab jetzt kein Holzschwert mehr. So ein Scheiß. Verdammt. So, dann, äh, gehen wir doch mal, äh... Da komm ich nicht durch. Dann... Link! Denk nicht, du könntest Epona einfach mitnehmen. Denk mal darüber nach, was du getan hast. Vorher mache ich das Tor auf keinen Fall auf. Elia, du weißt gar nicht, was gestern passiert ist, oder? Ich weiß nicht, ob ich es richtig erklären kann, aber lass es mich versuchen, ja? Inzwischen kannst du durch den Tunnel dort hinten hereinklicken, Link. Äh, den Tunnel? Tunnel, Tunnel. Wo, 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 wo? Welcher Tunnel? Wo ist er denn? Ein Tunnel. Ein Tunnel, ein Tunnel. Ein Tunnel. Moment. Ach, hier. Na rein da, hineingehen. Oh, Rubine. Mensch. Yeah, ein grüner Rubin. Er ist ein Rubinwirt. So, muss ich Link jetzt die ganze Zeit aufm Arsch starren? Kann ich nicht auch die Kameraperspektive ändern? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was? Ich wusste gar nicht, dass da... Aber sag mal, Colin. Oh, die Musik. Oh, die Musik ist so schön. Es ist möglicherweise keine schlimme Verletzung. Ihr könnt also zusammen reisen. Nur eines, Link. Eines musst du mir versprechen. Egal, was dir auf der Reise passiert. Pass gut auf dich auf. Komm einfach nur wohlbehalten wieder zurück, ja? Na klar doch. Link grinst nur. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hilfe. Ein Riesenvieh. Ein Riesen... Au. Au. Scheiße. So ein Arsch, eh. Oh, 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 oh. Nicht gut. Gar nicht gut. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Was passiert jetzt? Na klar. Ähm. Oh Gott Link, aufwachen Du hast schon am Anfang des Spiels nicht gepennt Also penn jetzt auch nicht, ja? Oh Gott, Link, Hilfe Was ist passiert? Ähm 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 Ein Tor zum Schattenreich Wow Und natürlich kommt ein Arm raus und greift mich Das war doch so klar Oh oh Hilfe Hilfe Oh, das ist Driforce Oh oh Was ist denn nur los heute? Das ist aber nicht mein Tag heute irgendwie Und irgendwie fühle ich mich seltsam Also Link fühlt sich seltsam Böser, böser Wolf Jetzt pennt er schon wieder Mann Entschuldigung Schluck auf Jetzt, äh, komm schon Steh auf Ähm Hey Ach Mann Was machen die nur mit mir? Hm Was machen die nur? Spiel speichern Ja, natürlich Ach ja, hier habe ich wieder so viele Speicherstände Äh, ja So Der Grund ist einfach nur, wenn ich jetzt irgendwas Wenn irgendwas in der Aufnahme nicht glatt läuft und so, ne? Dass ich dann später wieder da anfangen kann Und das nochmal aufnehmen kann So Also nicht wundern, wenn da alle Speicherstände belegt sind So, jetzt hier So Ein herzhaftes Wolfscannen Oh Hilfe, ich komme ja gar nicht weg hier Oh Oh Oh, schöne, äh, Frau Äh, oder was auch immer du bist Wobei, schön ist Naja, relativ für ein Schattenwesen vielleicht Hab dich Achso, warte, der muss nur Da kriegt man ja Angst Hehe, aber es Aber ob es wohl so klug ist So ein knurriges Gesicht zu machen Was für ein Jammer Ich hätte dir so gerne geholfen Wenn du ein braves Hündchen gewesen wärst Hehe, gut so Gehorsamkeit gehört schließlich zum Wesen der Menschen Aber du bist kein Mensch mehr Sondern eine wilde Bestie Achso Hehe, hehe Na, bist du ein braves Hundchen Und jetzt sei schön ruhig So Ich habe euch immer Keine hohe Stimme gegeben Ich hoffe, das stört euch nicht Uh Überrascht Hehe, hehe Aber wo sind wir hier nur hingekommen? Äh Hehe Wie kann ich dir Sie kann einfach Komm zu mir Dann kann ich es dir zeigen Hehe He Ach Frauen Da kommt man als Mann einfach nicht gegen an Das ist echt schlimm So Jetzt kann ich mich doch bestimmt Hier irgendwie Na Ach, warte Was ist das hier? Ne, ich kann halt. Ups. Ja, das ist ja schon mal ganz toll. Wühlen. Ich kann aber bestimmt irgendwo wühlen. Habe ich das hier nicht kaputt? Achso. Ah, mit der Wienfernbedienung. Natürlich. Wühlen. Natürlich. Wollte jetzt irgendeinen Knopf drücken, aber natürlich muss ich mit der Wienfernbedienung schütteln. Ach, naja. Wo ist sie hin? Da. Ich bin doch kein Pferd. Hm, anscheinend bist du ein richtig kluges Hundchen. Du gefällst mir. Ich glaube, ich sollte dir bei der Flucht helfen. Aber dafür wirst du schön brav gehorchen, wenn ich dir etwas sage. Ist das klar? Wenn du etwas von mir willst, drückst du nach oben, um mir ein Zeichen zu geben. Also verstanden. Na los. Okay. So. Ich spiele jetzt übrigens auf der Wii U. Also es ist halt ein Wii-Spiel. Das kann man auch auf der Wii U spielen. Dann ist die Qualität ein bisschen besser. Hoffe ich. Weiß ich nicht. Also an sich die Bildqualität nicht, aber es ist digitale Übertragung. Dann halt. Hier komme ich ja... Ach, warte mal. Kann ich hier... Nee. Da komme ich ja gar nicht durch. Halt. Wie kommt man hier nochmal... Oh. Na nun, was ist denn... Was ist denn? Versuch doch einfach mal Z zu drücken. Den Rest findest du schon alleine raus. Ähm, welches war nochmal Z? Nee, das war C. Moment. Äh, Z war... Äh, äh, ähm. Nee, das war B. Das war Z. Achso. Ah, fassen. Achso, richtig. So, hier. Was sieht alles... Vor allem in so einer Gefängniszelle. Natürlich. Hängen dir einfach mal so ein Ding rum, was du einfach nur dranziehen musst und dann bist du schon frei. Das ist natürlich sehr schlau. Oh, 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 oh. Oh, oh. Aha. Das ist ja... Hi, hi, hi. Pass auf. Ich zeige dir etwas Interessantes. Ein Tier wie du sollte erkennen, dass da etwas ist, oder? Drücke... Dings, um dein Gespür zu schärfen und dann sie genau hin. Hier. Dürfte ich wohl in Sicherheit sein. Verdammt. Kein Schritt weiter. Stehen bleiben. Okay, ich mach das mal wieder aus. Boah. Dieser Geist ist sicher ein Soldat. Der kommt sicher geradeaus... Äh, äh, geradewegs aus der anderen Welt. Hi, hi, hi. Hier gibt es noch mehr von diesen Geistern. Du solltest vielleicht ein Gespür verwenden. Vielleicht wissen die ja, was hier passiert. Na gut. Dann, äh, wo muss ich denn hin? Oh, oh. Ach ja. So, gut. Oh, ein Rubin. Nein, nein. Das haben natürlich alle Rubine. Moment. Äh, Z. Uh. Nein. Ach so, einfach nur hinlaufen. Ich... Natürlich lauerweise wieder Sport gemacht. Ein blauer Rubin. Ja, ist fünf Rubine wert. Ja, toll, Link. Äh, hast du ja richtig schön gemacht, dass die Meldung immer erscheint. Äh, nee. Das ist... Ist ja richtig toll. So, hier muss ich, glaube ich, lang. Du scheinst dich noch nicht an deinen Gestalt als wildes Tier gewöhnt zu haben. Deshalb lass mich dir sagen, wenn du gegen Gegner kämpfst, erinnere dich an das, was du als Mensch konntest. Dein Instinkt bleibt gleich, auch wenn deine Gestalt sich verändert hat. Ähm, hat Z. Was passiert denn jetzt? Ich weiß nicht. Kann ich hier nicht hoch? Nee. Doch, kann ich. Natürlich. Oh, ein Herz. Ein Herz. Und ein Rubin. Und... Au, 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 au. Das hat wehgetan. Hat. Oh, Wasser. Äh, yigit. Wir sind heute in den Kanälen. Nein, ich will gar nicht in das Wasser rein. I-git-i-git-i-git. I-git-i-git-i-git. Was macht das hier? Na nu. Na nu, ich komm da gar nicht hin. Ist hier irgendwas? Nö. Außer dieses Vieh. Wo ist es denn jetzt hin? Ach, keine Ahnung. So. Dann zwimmen wir mal. Hier, Rehbär. Und schauen mal, was ist da denn gibt. So. Schwimm, schwimm, schwimm. Yeah. So. Uh. Hier ist noch ein Geist. Aber hier sind auch noch... So. Na nu. Ich mach doch... Ach, er kann nicht im Wasser angreifen oder was? Na, ist ja scheiße. Was bist du denn für... Ah, Hilfe. Nein. Mann, ach Link. Ach Link. Jetzt stirbt er hier nur fast. Hey. Boah, ey. Diese Steuerung. Ich hab den doch... Game over. Hab ich auch noch nicht erlebt. Ja, ist ja schön. Ja, game over, danke. Noch einmal. Na, natürlich. Wo starte ich denn jetzt? Hier. Warte, das fängt ja gut an. Hier starte ich jetzt. Gut. Aber wenigstens ist das Wasser schon überall da. Ja, dann kann ich einfach rüber. So. Hier im Wasser bin ich so lahm. Ist das da... Hätte ich vielleicht mit Zett anvisieren sollen? Ich weiß nicht. Aber die Steuerung ist echt für den Arsch. Warte mal. Nein! Ah! Springt ja da einfach runter. So. Mein Gott. Muss ich mir das immer so schwer machen? Das gibt's ja gar nicht. So, hier muss ich jetzt dann... Link, da hoch. So. Ich teilweise noch recht gewöhnungsbedürftig. Vor allem, dass ich im Wasser nicht... Naja, ist natürlich auch schön. Dass ich im Wasser nicht hier Dings kann... lauschen. Was sind das für schwarze Monster? Wo kommen die her? Raus! Ich muss hier raus. Hilfe! Ich muss hier auch raus. Also gut. Ich muss die mal anvisieren, sonst treffe ich gar nicht. Na, ist natürlich auch toll. Ja, ist natürlich auch toll. So. Das hat mir nicht viel gebracht, aber hier... So. Und jetzt fließt das Wasser wieder ab und wir können irgendwo hin. Die Frage ist nur wo. Wo können wir denn jetzt hin? Das war schon mal richtig. Da kommt schon mal der richtige Sound aus der Wii-Ferrm. Bitt ja, scheiße. Diese scheiß Viecher. Ach, warte mal. Habt ihr ein Herz für mich? Nee, natürlich nicht. Ach, hier. Gut. Gut. So, jetzt kann ich hier reiten. Ach, das war der wieder. Wie reiten? Nee, warte mal. Wo ist denn hier? Ach, ich weiß, wo ich hin muss. Moment. Hier hinten muss ich hin. Natürlich. Natürlich. Ey, die... Komm schon hierher. Ja, wie denn? Bist du... Ich warte ja gerne, aber auf meine Seite kommen. Das musst du schon selbst schaffen. Ey, diese... Hab ich hier auch noch nicht... Ähm, wie denn? Ach! Hineingehen.